so einige leute von euch haben ja immer mal wieder kommentare oder nachrichten geschrieben wegen diesem messer und dann dachte ich mir wenn euch messer so interessieren mache ich einfach mal wenn ich mal wieder ins bestelle ein unboxing und das wäre dann heute ja wie eben schon erwähnt und zwar handelt es sich um ein messer von einem waffenhersteller aber dazu erst mal gleich erst mal noch mal vorweg ich gerade schon sagte einige leute hat mich wegen diesem messer angeschrieben oder kommentare da gelassen dass ich das cool finden dabei habe ich das her das ist ein ganz normales von ebay also ich muss dazu sagen ich bin jetzt nicht der übelste messer experte oder irgendwie so ein scheiß ich kaufe mir nur die die ich interessant finde das habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen und noch so ein paar diverse andere also ich habe schon ein paar messerchen keine ahnung zehn stück oder so insgesamt vielleicht bei sind auch noch ein paar bayonets und große messer auto messer das sind jetzt nicht irgendwie überragend teure oder qualitativ hochwertige oder irgendwie so dergleichen das sind halt einfach nur messer die ich halt cool finde und dann hole ich mir die ab und zu ja soviel dazu jetzt kommen wir mal zum eigentlichen messer und zwar ist das walter kennt wahrscheinlich jeder von euch p99 sagt wahrscheinlich auch vielen was von euch und zwar ist das oder war das ich weiß gar nicht mehr auf die die heute noch benutzen aber ich denke mal schon die hauptwaffe der deutschen polizei also ich weiß zumindest nur von der deutschen die weiter p99 und das ist jetzt messer in dem stil warum ich mir das geholt habe zum einen weil noch ein paar sachen dabei sind optisch gefällt es mir und es war günstig ich habe mir das früher schon mal angesehen gehabt unter anderem der laser auch da wollte das auch schon immer mal haben für ihn mache ich das video auch hier noch mal einen herzlichen glückwunsch an dich zu deinem heutigen geburtstag ja wo war ich ja hier sind halt so ein paar dinge dabei das war relativ günstig ich habe damals mal gesehen für 55 euro oder irgendwas und das habe ich jetzt hier für 28 euro bekommen wir können ja hier mal so ein bisschen drauf eingehen hier stehen so ein paar sachen zum beispiel sind drei griffstücke dabei das ist diese diese teile hier um das hat besser anzupassen wie man es in der hand hat ja stahl ist ein 440er ss also relativ dick und stabil blade flip haben wir wir haben natürlich ein lernolog also quasi sowas hier dass das nicht aus versehen aufgeht ergonomischer griff auf der seite ist nicht viel drauf hier ist beschrieben wie man das ganze wechseln kann werkzeug ist übrigens auch dabei hier ist dann noch mal die länge vom messer selbst also von der klinge selbst 94 mm und die gesamtlänge ausgeklappt sind 223 mm ja dazu noch gesagt das läuft natürlich unter das waffengesetz weiß ein einhandmesser ist also ich darf damit nicht draußen rumlaufen mache ich aber auch nicht deswegen ist mir das relativ auch scheißegal aber ich wollte es mal erwähnt haben das ganze schön verpackt hier haben wir so eine an die feuchtigkeit specks dinge das weiß ich nicht ist wahrscheinlich so ein indikator falls der feuchtigkeit hier reingekommen ist irgendwie ist das ganze falsch rum so ihr seht schon verpackung ist schön gemacht fangen einfach mal hier an hier haben wir jetzt noch ein paar ersatzschräubchen und ein im bus schrauben das ist kein im bus das ist ein tor glaube ich so wie das aussieht für die griffstöcke zu wechseln ist schon mal cool dass sie das beigepackt haben dann haben wir hier die verschiedenen griffstücke die wie ich finde nicht sehr schön gemacht sind also unterseite zumindest sieht man hier noch überall die gussstellen hätte ich mir von so einem großen waffenhersteller irgendwie ein bisschen besser vorgestellt muss ich ganz ehrlich sagen hier sieht man auch noch grad und sowas wenn es ist jetzt nicht tragisch aber so eine große firma finde ich ein bisschen peinlich aber okay dann haben wir hier noch ein taschen eine pouch wo wir das messer dann drin transportieren können kann man hier am gürtel tragen einmal so dass es dann quasi so am gürtel ist wenn meine hand ist der gürtel ist oder halt auch so wie man hier sieht ist richtig stabil ist auch drin nicht allzu hot also es ist nicht weich aber es ist auch nicht hot von außen wie gesagt schön stabilen druckknopf der extrem druckpunkt hat also das geht auf jeden fall nicht mal so irgendwie auf cool gemacht das weiter logo reingestickt nice to have würde ich sagen auf jeden fall cool dann haben wir hier das besser an sich fühlt sich ja der kunststoff erinnert halt extrem an die an die waffe der kunststoff ist vom griff fest sich auf jeden fall angenehm an jammer den lockt dass die klinge nicht auf springen kann dann kann man sie so verschließen das geht relativ leicht dann haben wir zwei möglichkeiten das messer zu öffnen einmal hier normalerweise sollte es jetzt auf springen aber irgendwie auch nicht okay also dass wir haben auf jeden fall die möglichkeit ist hier rauszuholen und dann so zu öffnen oder direkt so zu öffnen das ist der punkt warum das ganze verboten ist weil es halt ein einhandmesser ist ihr könnt es mit einer hand öffnen somit fällt das unter das waffengesetz ich werde euch jetzt gleich noch mal schnell zeigen wie das ganze gewechselt werden kann und zwar habt ihr hinten eine kleine schraube ihr könnt das richtig sehen nehmen wir einfach den mitgelieferten dreher der wohl gar nicht passt oder ist das so locker die kann ein wenig verwirrt so da bin ich wieder ich habe es mal einen kurzen cut gemacht weil der mitgelieferte talk passt nicht keine ahnung warum völlig sinnlos ich habe es hier ein von mir genommen um euch das jetzt mal zu zeigen ich habe keine ahnung für was der ist der ist wahrscheinlich für die anderen schrauben oder so keine ahnung auf jeden fall lustigerweise nicht für das griffstück was ich mir irgendwie überhaupt nicht erschließt warum man das nicht damit rein packt keine ahnung also er hat wirklich nicht gegriffen keine ahnung was ich weiter dabei gedacht hat so sollte man das irgendwie abziehen können so es ist das kleinste wenn ich mich jetzt nicht täuschen ja das ist das kleinste ich werde jetzt mal probeweise das größte hier probieren passgenauigkeit ist auch völlig für den arsch sehe ich gerade also die hülse hier guckt zu weit raus und im moment höhe ich mir mal schnell eine kleine zange presse die hülse hier in position und dann sollte es ja eigentlich funktionieren oder auch nicht jetzt schiebt man das ganze mal hier rein mal gucken es geht echt schwer also wie gesagt die passgenauigkeit hat man ja schon gesehen bei den bei diesen komischen guss rückständen ist echt nicht gerade das gelbe vom ei jetzt mal gucken ob das jetzt für mich passen würde ein bisschen zu groß nehmen wir mal den mittleren der sieht besser aus von der fertigung her der ging deutlich besser rein da das fühlt sich schon gut an sicherheitshalber das messer zu also dass also ich hätte mir wirklich mehr aber hofft von diesem messer also ich meine ich will es jetzt nicht komplett schlecht reden aber die verarbeitungs qualität und die wie die das alles gemacht haben ist irgendwie ziemlich ziemlich merkwürdig muss man ganz einfach so sagen jetzt kann ich die schraube hier noch nicht mal richtig versenken so jetzt haben wir das mit diesem griff stück versehen jetzt lockt es ein ja aber an sich ein schönes messer schnittes 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 ich kann es jetzt schlecht halten also schneidet schon aber ich kann es wie gesagt schlecht halten und man sieht schon das schneidet auf jeden fall schneiden tut es auf jeden fall es ist ein umschlag das lässt sich jetzt auch nicht so gut machen auf jeden fall würde ich sagen ja wie gesagt es ist halt jetzt kein ost teures messer von daher ist das schon okay es kann man ja zu not auch nachschleifen ja das war's soweit von weit auf 99 moment probieren wir noch ob das überhaupt ja es passt perfekt rein ja würde ich sagen das war soweit ja wenn es euch gefallen lassen dann weiß ich dass ich irgendwann wieder messer kaufe wieder ein unboxing machen können ansonsten war es das von meiner seite bis zum nächsten mal bewährte technik gt2 technik hoch ja ist bekannt man hat hier diese normalen einstellungen steering trim throttle trim und